Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich bin der Christian Bauer und so weiter und so fort. So schaut es aus, wenn ich quasi daheim sitze und einen neuen Podcast mache. Alles hergericht irgendwie, voll irre. Hier findet quasi diese Interviewsache statt, meistens über Discord oder übers Telefon. Und wenn dann das Interview im Kasten ist, dann fängt eigentlich die echte Arbeit an, die man so hat, wenn man einen Podcast macht, nämlich das Schneiden. Da versuche ich dann quasi alle M's und Ä's und A und L und alles Mögliche oder Versprecher rauszuschneiden. Aber irgendwann bin ich dann zufrieden. Der in Tirol lebt und seiner bayerischen Band Rap auf Hochdeutsch fasziniert. Das klingt immer ganz gut, wie du mich machst. Genau, das war jetzt der Ausschnitt aus einem Podcast mit dem Kenny von Kasty. Naja, und so schaut es eben aus, bei mir daheim, wenn ich podcaste. Jetzt könnt ihr meine Podcasts auch auf YouTube anhören, nicht mehr nur auf Soundcloud, auch über den Ronja, Rosenheimer Online-Jugendarbeit-Kanal. Genau, gefreut mich, dass ihr immer mal wieder rein hört. Vielen Dank dafür. Bis bald.